Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Mifcom mit dem Farming Simulator 22PC R7 5800X RTX 3070 für 1.999 Euro. Kurz vorweg, falls ich mich ein bisschen anders anhöre, ich bin im Moment ein bisschen verschnupft, aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich dieses Video. Das wurde mir vorgeschlagen von der Gru, der hat hier noch einen kleinen Text dazu verfasst, das gucken wir uns aber gleich an, wo wir da preislich rauskommen und dann schauen wir uns die Kiste jetzt mal an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIPCDKDeals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst, wie immer, das Bild. Ja, es ist mal wieder Fake. Es ist eine Wasserkühlung angezeigt hier, die überhaupt nicht verbaut ist. Hier oben sind noch irgendwelche Lüfter drin, die so auch nicht verbaut sind. Es ist immer ziemlich schade, wenn die Hersteller bzw. Systemintegratoren das so machen. Gut finde ich das trotzdem nicht, weil es ist halt so, die Leute gucken erst nach dem Bild, denken, boah, das sieht geil aus, bestellen das dann und dann sieht es halt nicht so aus. Finde ich immer ein bisschen blöd. Dann lieber nur das Gehäusebild nehmen oder eben wirklich ein PC, wo die Komponenten 1 zu 1 stimmen. Natürlich ist hier noch ein Konfigurator, dann wissen die Kunden aber, okay, wenn ich jetzt da irgendwas verändere, ändert sich das Bild ja nicht mehr. Das ist klar. Was man wie immer zugutehalten muss bei MIFCOM und auch bei vielen anderen Systemintegratoren, nicht bei allen, aber bei vielen, hier wird immer alles schön aufgeschlüsselt. Also man weiß wirklich, was drin ist. Wenn ihr solche Komponenten seht, schmeißt die einfach mal bei Geizhals rein. Achtet wirklich drauf, dass es 1 zu 1 die Komponenten sind und dann habt ihr auch hinterher einen Preis und die Differenz seht ihr dann ja. Was anderes mache ich ja hier auch nicht. Das Gehäuse ist in dem Fall ein Big Quiet Pure Base 500 DX Schwarz. Das ist ein grundsolides und auch sehr beliebtes Gehäuse. Haben wir ganz oft bei uns auf dem Discord-Server, dass die Leute sagen, hey, ich will eine Konfiguration und dann nehmen sie auch meistens dieses Gehäuse, weil denen vielleicht der Streifen da gefällt oder so. Ich weiß es nicht. Ich mag es optisch überhaupt nicht, aber das ist euer Bier. Es muss ja euch gefallen und nicht mir. Da ist schon ein Lüfter vorne verbaut, ein Lüfter hinten jeweils mit 140 Millimeter und auch noch ein Lüfter oben. Aber auf dem Bild haben wir eben gesehen, waren zwei Lüfter oben. Deswegen meinte ich, das passt halt einfach nicht. Ist aber wie gesagt ein grundsolides Gehäuse, passen die meisten Grafikkarten und so auch rein. Muss man immer gucken, wenn man jetzt eine Wasserkühlung zum Beispiel in der Front verbaut, muss man schauen, dass die Grafikkarte dann nicht so lange ist. Das hatte ich schon mal das Thema, deswegen sage ich es nochmal dabei. Und das kostet 109,90 Euro bei Alternate. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5800X. Den Prozessor nehme ich ja persönlich immer für meine Benchmark-Tests und Wasserkühlungstests und so, weil der ziemlich beschissen zu kühlen ist. Der hat zwar nur eine TDP von 105 Watt, pfeift sich aber 144 Watt ungefähr rein, hat 8 Kerne, 16 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Das ist zwar einer aus der älteren Generation, Wir sind ja aktuell bei der 7000er Serie, die hat auch einen ganz anderen Sockel, die hat AM5. Hier haben wir noch AM4, aber der Prozessor ist gut. Der ist zum Streamen gut, der ist zum Rendern gut, der ist zum Zocken gut, das passt und so weiter. Natürlich gibt es noch den X3D, der hat nochmal mehr Spieleleistung oder den 5900 oder 5950X. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr guter Prozessor, da kann man überhaupt nicht meckern. Wenn es nach mir ginge, würde ich aktuell lieber auf Intel gehen. Sei es die 12.000er oder 13.000er Serie, weil die alten AM4-Dinger, die werden auch nicht mehr großartig weiterentwickelt. Wie gesagt, AM5 haben wir gerade. Die Prozessoren würde ich selbst, wo jetzt die Preise gesunken sind, nicht kaufen. Aber das bleibt natürlich euch überlassen, hier ist halt der jetzt verbaut. Und der kostet 249 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Aorus Elite AMD B550. Das hat gekühlte Spannungswandler, ein bisschen RGB-Beleuchtung hier vorne noch, hier sind auch noch zwei Streifen RGB beleuchtet, vier RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier kann noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier habt ihr noch drei weitere Anschlüsse, wie zum Beispiel für eine Capture-Card oder sowas. Dann haben wir 7.1 mit TOS-Link, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier nicht benutzen. Es wird immer wieder gefragt. Also dieser Prozessor ist ein 5800X. Bei AMD ist es so, solange kein G dahinter steht, hat der keine integrierte Grafikeinheit. Das heißt, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte, was ihr sowieso tun solltet, sofern der PC denn eine Grafikkarte hat, weil die hat grundsätzlich immer mehr Leistung. Kann man einfach so sagen. Bei Intel ist es so, sobald der Prozessor hinten ein F stehen hat, hat der auch keine Grafikeinheit. Das heißt, ihr müsst zwangsläufig das Bild über die Grafikkarte ziehen. Damit wir das jetzt mal geklärt haben, da wir hier ein 5800X und kein G oder so haben, hat der natürlich keine integrierte Grafikeinheit. Dementsprechend zieht er das Bild über die Grafikkarte. Solltet ihr auch immer so machen. Und dann haben wir noch zweimal USB 2.0. Das ist an und für sich ein grundsolides Board. Die RGB-Software von Gigabyte Schmutz, sage ich immer wieder. Das ist leider so. Haben sie bisher auch nichts dran geändert. Aber ansonsten ist es wirklich okay. Und es sieht auch gut aus, da es kein Micro-ADX oder so ist. In dem Case, super Sache. Und das kostet 142,90 Euro bei XCOM. Die Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR 6X MSI Gaming Z Trio. Hier wisst ihr sogar, was ihr bekommt. Das ist auch keine schlechte Grafikkarte. Das Kühldesign ist in Ordnung. Ihr habt ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei. Mir gefällt es persönlich, das Design. Seht ihr natürlich nicht viel von, weil die Lüfter eh nach unten zeigen. Aber ist auch eine gute Grafikkarte. Soweit für WQHD noch geeignet. Wollt ihr 4K zocken, nehmt eine stärkere. Auch mit mehr Speichern natürlich. Ansonsten ist das, wie gesagt, wirklich eine gute Karte. FPS ist dazu, findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 649 Euro bei Mine Factory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro. 32 GB in der Preisklasse ist okay. Sollte auch so sein. 3200 MHz, ja gut. Sie halten sich an die Spezifikation von AMD. Das heißt, AMD garantiert euch, dass der RAM bis 3200 MHz läuft. Alles, was darüber hinausgeht, garantieren sie keine Stabilität mehr oder sowas. Wir nehmen grundsätzlich 3600 MHz. Das stört bisher nicht. Hat noch nie irgendwie zu irgendwelchen Abstürzen geführt. Zumindest in meinem persönlichen Umfeld hier nicht. Aber 3200, ja, das ist schon in Ordnung. Hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung. Könnt ihr mit IQ steuern. Und der kostet 109,69 Euro bei digitalo.de. Die SSD ist ein 1TB Samsung 980 Series. Das ist nicht die 980 Pro, sondern die normale 980er. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist okay. 1TB, ja, lässt sich drüber streiten. Aber die Geschwindigkeit ist in Ordnung. Braucht man theoretisch gar nicht als Gamer. Aber es heißt, dass es dabei ist. Kann ich jetzt auch großartig nicht drüber meckern. Das ist schon in Ordnung. Und die kostet 79 Euro bei Saturn. Das Netzteil ist ein 750 Watt Corset X Series Modular 80 Plus Gold Kabelmanagement. Da gibt es jetzt zwei Varianten von. Die 2017er und die 21er. Die 21er ist, glaube ich, 40 Euro teurer. Wenn ihr das hinterher draufrechnen möchtet, ist okay. Es wird halt hier nicht beschrieben, welches es genau ist. Ansonsten hat es 7 Jahre Herstellergarantie, 80 Plus Gold Zertifizierung und ist Teilmodular. 750 Watt reicht auch aus für die Kiste. Wie gesagt, ist Teilmodular, hat die Zertifizierung. Ist in Ordnung. Kann man so machen. Und das kostet 77,97 Euro bei Ebay via Snougat. Die Soundkarte ist nicht mit dabei. Natürlich HD Audio Onboard, also auf dem Mainboard. Dann haben wir als CPU-Kühler ein Bequiet Dark Rock 4. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 200 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor ist offiziell angegeben mit 105 Watt. Kann sich aber 144 genehmigen. Der wird schon ausreichen. Wenn ihr jetzt nicht 10 Mal Cinebench laufen lasst, dann ist das in Ordnung. Beim Zocken und Streamen und so reicht der völlig aus. Ist aber keine Wasserkühlung. Auf dem Bild wird eine Wasserkühlung gezeigt von Bequiet. Ich glaube, das war sogar die Silent Loop oder so. Aber es ist halt einfach nur ein Luftkühler. Der ist nicht schlecht. Der kostet auch 60 Flocken. Aber das Bild suggeriert halt was anderes. Technisch gesehen gar keine Frage. Das funktioniert. Das ist schon okay. Und der kostet 61,50 Euro über SK Computer Alsdorf. Was hier nicht dabei steht, was aber im Konfigurator drin steht, ist, dass die Thermal Grizzly Kryonaut nehmen. Deswegen nehmen wir nur eine 1-Gramm-Tube und packen die für 6,89 Euro noch mit dabei, dass der Preis einigermaßen passt. Ansonsten haben wir noch 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Finde ich nice, dass es dabei ist. 3 Jahre, nicht selbstverständlich, sage ich immer wieder. Die meisten machen 2 Jahre. Man kann natürlich Garantieverlängerung für einen Fuffi oder so noch dabei buchen. Zum Beispiel bei Dubaro oder so oder auch bei Krotus. Aber hier haben wir jetzt 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Das ist echt gut. Das Ding wird dann bei euch zu Hause abgeholt, wenn irgendwas damit sein sollte, was man keinem wünscht. Das ist klar. Aber es wird sich auf jeden Fall darum gekümmert. Und dann werden wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.485,85 Euro. Das System soll kosten 1.999 Euro. Das heißt, ihr seid über 500 Euro zu teuer, sage ich mal. Gegenüber Geizelsliste. Ihr könntet jetzt die Liste nehmen, die Sachen bestellen. Natürlich müsstet ihr dann auch Versandkosten zahlen. Zum Beispiel bei Mindfactory ist zwischen 0 und 6 Uhr ab 150 Euro Warenwert überhaupt keine Versandkosten. Aber wenn ihr es tagsüber macht, bezahlt ihr, glaube ich, 8 Euro. Die meisten Sachen kriegt ihr bei Mindfactory oder nehmt Alternativen. Aber das Ding ist einfach 500 Euro zu teuer. Ich räume denen ja immer so einen Spielraum ein von so 150 bis 200. Manchmal auch 250 Euro, je nachdem, wie teuer die Kiste ist. Mindfactory bietet für 150 Euro den Zusammenbau auch einfach an. So ist es halt einfach. Und hier sind es 500 Euro Differenz. Und die Kiste könnt ihr selber bauen. Da ist nichts Besonderes dabei, wo man aufpassen muss wegen Wasserkühlung oder so. Ne, das ist eine stinknormale Kiste. Das finde ich echt schade. Mifcom macht viele gute Konfigurationen, die auch aufeinander abgestimmt sind und so. Klar, hier und da gibt es kleine Wehwehchen, aber die machen grundsätzlich gute Konfigurationen. Es gibt schlimmere Systemintegratoren. Aber der Preis ist einfach so... Weiß ich nicht, das sind 25% des Gesamtwertes fürs Zusammenbau. Das ist zu viel. Hätte das Ding jetzt 1,7 gekostet, hätte ich noch gesagt, ja, kann man machen. Okay, ist immer noch ein bisschen teuer, ist schon okay. Aber hier ist es einfach 2.000 Euro. Und damit ihr mal eine Idee bekommt, was man woanders kriegt. Mit Dubaro habe ich jetzt nichts am Hut, aber ich habe mal geschaut, was die so haben. Ähm, Kreativecke 1.900 PC zum Beispiel. Der kostet 1,9. Da ist der aktuellste Intel drin, der i5-13600KF, preis-leistungstechnisch im Moment der beste Prozessor, den ihr euch holen könnt. Aus der aktuellen Intel-Generation eine Bequiet Silent Loop 2 240mm, also eine Wasserkühlung. Ein Z96 Gaming X ist auch schon ein aktueller Chipsatz, ist jetzt so ein Einsteiger-Board bei Z96, aber das ist auch okay. Eine 3080 kriegt ihr, keine 3070 oder so, nein, eine 3080. Nur 16 GB Arbeitsspeicher. Wenn ihr jetzt noch 16 GB dabei ballert mit 3600 MHz wohlgemerkt, nicht 3200, seid da nochmal so 60 Euro oder so los. Also die könnt ihr von mir aus draufrechnen, dann knackte die 2K immer noch nicht. Eine 1 TB Kingston NV2, die nur geringfügig langsamer ist als die Samsung SSD. Ein 850 Watt Bequiet, leider nur ein System Power. Es hätte auch gerne ein Pure Power oder so sein können, aber gut, das System Power mit 850 Watt, es reicht aus. Ich hätte es wieder anders gemacht, so ist es halt einfach. Und ein Phanteks Eclipse G360 A schwarz, kann man jetzt nicht ganz mit dem Big Quiet-Gehäuse gleichsetzen, aber ist auch ein gutes Gehäuse. Ihr seht es ja auch hier am Bild, auch eine Mesh-Front, auch drei Luffis in der Front mit RGB-Beleuchtung sogar. Und den haben wir auch bei Geizheitsdurchgejagt. Nehmen wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil, landet ihr bei 1793,54 und das Ding kostet 1,9. Das sind 100 Euro Differenz gegenüber Geizheitsliste. Ich poste die auch alle noch unten in die Videobeschreibung, wenn ihr das selber vergleichen wollt, bitte, es steht unten drin. Und 100 Euro ist schon mehr als fair. Wie gesagt, ich mache immer so 150, 200 Euro, je nachdem. Hier sind es 100 Euro fürs Zusammenbauen. Und bei dem Ding haben wir einfach eine Differenz von 500. Das ist halt nicht tragbar. Also es gibt durchaus andere Systemintegratoren, die es besser können. Und ich schwöre euch, hätte ich das Ding jetzt zu Krotus geschickt und hätte gesagt, hey, was willst du dafür haben? Hätte der auch so irgendwie 1,7 oder so gehabt, aber nicht 2.000 Euro. Also den würde ich auf jeden Fall so nicht kaufen. Es gibt ab und zu Angebote auf Miffcom, die echt gut sind. Da mache ich auch meistens ein Video drüber. Aber allgemein, die PCs sind durchweg schon ein bisschen sehr teuer. Finde ich schade, weil die Konfigurationen gar nicht so schlecht sind. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.